Ich habe einen Kunstworkshop für 750 Euro gemacht und das kam dabei raus. Heute war einfach schon der letzte Tag. Wir haben das aufwendigste Projekt angefangen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich mir dachte, das wird einfach komplett scheiße. Nachdem ich versucht habe, mein erstes Porträtprojekt zu retten, kam dann auch schon die letzte Mission. Das Motto war Make it Special. Wir haben uns alle individuell ausgesucht, was wir machen wollten. Auch bei diesem Bild hatte ich anfangs große Fragezeichen. Man muss aber dem Prozess vertrauen und einfach weitermachen. Leider, genau am letzten Tag, habe ich mich auch voll gesaut. Geil. Aus dem hier wurde dann das. Ich bin irgendwie froh, dass man erkennt, was es ist. Mein zweites Bild ist von den Farben her nochmal ganz anders. Ratet mal, was die Elemente vom Bild darstellen sollen. Ich habe echt viel beim Workshop gelernt und ich will es nochmal machen.